Im größten Skigebiet des Zillertals, der Zillertal Arena, gibt es diesen Winter eine neue Attraktion, denn Backjump Landing Bag, powered by Prinod, im Actionpark Kreuzwiese in Zell. Wir haben da für die Zillertal Arena ein einzigartiges Setup zusammengestellt mit der Firma Backjump. Da haben wir einen Landing Bag, der ist 40 Meter lang, 17 Meter breit und wir haben da drei verschiedene Kicker hingebaut. Dort finden Freestyler, Skifahrer und Snowboarder gleichermaßen nun die perfekten Voraussetzungen, um zu erleben, wie sich der Sprung über eine Schanze anfühlt oder um ihr vorhandenes Können zu perfektionieren. Für ein absolut minimiertes Risiko sorgt der besagte Landing Bag. Ein riesiges, an die Hangneigung angepasstes Luftkissen, in dem man landet und aus dem Aufprall abfedert. Als einziges Skigebiet weltweit bietet die Zillertal Arena einen solchen permanenten Landing Bag mit echten Schneeabsprüngen, der für alle Arena-Besucher, ob Anfänger oder Profi, kostenlos nutzbar ist. Das ist nicht nur für Einsteiger und Fortgeschrittene interessant, sondern auch für etablierte Profis. Servus, herzlich willkommen alle in der Zillertal Arena. Ich bin der Werni Stock, bin seit über 13 Jahren Snowboard-Profi und heute sind wir da in der Zillertal Arena im Action Park. Und es gibt einen neuen Landing Bag mit einem großen Absprung, einem mittleren Absprung und einem kleinen Absprung. Und was da speziell ist, ist wirklich, der ist offen für jedermann. Also man muss da nichts extra zahlen und man kann wirklich vom Kind bis zum ein bisschen erfahreneren Fahrer, so wie ich es bin, wo man dann Doubles machen kann, alles probieren. Wer in die Freestyle-Welt hineinschnuppern will, findet jeden Dienstag ab 11 Uhr in der lokalen Shred School die perfekte Begleitung dafür. Erfahrene Ex-Profi-Sportler und Szenegrößen zeigen groß und klein, wie man an neue Sprünge herangeht.